halli hallo liebe leute ich bin ein kommissierens was macht sox let's play und quasi talk videos ja heute geht es wieder weiter mit freitag den 13 denn und ja das ist jetzt die zweite folge spielen natürlich wieder alleine aber vielleicht heute abend spiel mir nicht ganz alleine denn heute abend spiel ich mit meinem bruder zusammen vielleicht nehme ich dabei auch auf und ja wie exeter schwierigkeit in offline modus auf hart bin mal gespannt was die npcs zu können und sieben jugendleiter das wird auf jeden fall vielleicht gut tat für mich let's go jetzt aber schon irgendwie bescheuert immer wir immer wieder gleiche getötet immer geht der gleiche drauf das ist schon komisch aber okay ich finde sie mutter ich finde sie aber die rennen trotzdem ich höre die direkt vom weiten schon ich bin mal gespannt wie gut die npcs sind leute alter und vielleicht entweder die dritte folge mit mein bruder oder oder einfach so und auf einem modus oder einfach so ich meine ich in offline modus sondern online modus mit irgendwelchen fremden leuten okay ich hab dich kollege ha 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 oh shit Kollege, warum gehst du wieder rein? Wo geht der wieder rein? Das ist total unlogisch Okay, Kollege So Alter Lecker, lecker Oh, also die NPCs auf hart sind auf jeden Fall Die sind auf jeden Fall schlauer Weil die machen das Auto fertig, krass Die machen einfach die Autos fertig, heftig Wenn man auf leicht spielt, dann sind die noch nicht dabei, die Autos fertig zu machen Da ist wieder jemand drin Hat der das Auto fertig gemacht, Alter Jason ist zurück Ich hab sie schon Hahahaha What the fuck Der NPC ist geil, ist clever, die sind clever, Alter Clever Clever gemacht Die KI Doch jetzt ist vorbei Jetzt vorbei mit dir Ja Drei Stück schon gekillt Tja Wo ist der Nächste? Drei Stück schon gekillt, Leute Drei Stück So muss das sein, Alter So muss das sein, Alter So muss das sein, Alter Vielleicht werde ich jetzt gleich noch schön Messer, 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 Messerchen werfen Hehehe Geil, geil, geil Ich komm, komm Alex, kollege, ich brauche mal mein Messer Ich komme Ich komme zu dir macht doch hast du dich versteckt hat sich nicht versteckt okay der schon wieder abgehauen also noch hat kein auto das so fertig gemacht ich glaube der kollege ist da drüben wahrscheinlich hey da rennt der kollege vorbei mein freund vorbei schon viel getötet das geht doch etwas recht schneller als ich gedacht habe leute gestern erst neun bis fast zehn minuten video gemacht auch heute geht's ab heute töten wir mehr heute bringen wir die sache zu ende da rennt er na komm kollege komm junger ich bin extra zur seite gegangen ich komme ok noch mehr messer sind ja ok noch mehr ok wo das messer gehabt schweizer taschenmeser schweizer taschenmeser schweizer aber jetzt mein freund jetzt geht's ab Junge 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 da war das da war das uuuhh kollege komm her du machst du auch die ganze zeit die taschenlampe an alter ah ganz so ganz so dumm sind die in pc's auch nicht du hast ich bin komm her ja 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 sie aber losgekommen alter und die andere ist da oben im wald okay keine ahnung was sie da machen wollen auto fertig machen und die kann aber nicht hin weil ich dir in der in der nähe vom auto bin tja shit okay jetzt komme ich mein freund jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei steht doch nicht auch kollege das wird langsam langweilig mit ihr ich hilf dir keiner ähm ja so wo ist die andere hin lebt noch irgendjemand oder so zwei leute okay die wollte hierher kommen okay ich hab dich schon ich hab dich schon baby okay die warte die ganze zeit bis da mal weg geht oder was so schlau ist der anscheinend auch nicht der computer beziehungsweise die ki tja na wo bist du muss da dran sein okay 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 sich trotzdem tot ha 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 tja wo ist die polizei hier da wird bestimmt einer hingehen wenn sie hingehen werde ich wahrscheinlich erschossen so jetzt muss theoretisch eigentlich nur noch warten bis die eine herkommt falls die überhaupt herkommt vielleicht tut sich auch die ganze zeit verstecken weil die kris hat nicht so schön ist so sehr schlau und es kann sein dass es erst mal so lange versteckt oder ein auto fertig macht kann natürlich auch sein ich sehe noch nichts ich sehe noch nichts leute kann aber noch kommen ist immer noch kein auto fertig das ist kacke ich gehe noch mal da zurück vielleicht ist ja hier in der nähe noch jemand okay versteckt ist die ganze zeit im zelt alter bevor ich das kacke und den letzten überleben lassen erstmal schön töten alter so habe ich dich ha 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 alle getötet das sogar den sogar den tommi jaybis ha 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 das ist mein guter Bub der Mama habe mir einen Verhältnis dafür komm hier Rom he 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 ha 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 he 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 stufenanstieg level 26 leute okay und sogar nicht schlecht alle umgelegt alle tommy zu habe ich oder zahl oder habe ich wie auch immer können wir gerade mal nachschauen okay ich habe 2553 was kann ich zum beispiel noch freischalten das geht erst ab level also ab stufe 125 da bin ich noch weit davon entfernt das dauert das dauert na gut leute dann bin ich erst mal hier raus und ja entweder nächstes video mit meinem bruder mit bodycat oder ist man einfach in öffentlichen spielen mitspielen oder hosten wie auch immer und ja ich bin erstmal raus leute bis dann ja kommen sie 22 ja